Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute über Conor McGregor vs. Paul Rea Wiederkampf war und natürlich auch über das Co-Man Event. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify und eine Bewertung bei iTunes. Ja, ich muss ehrlich sein, ich muss meine Gedanken selbst noch ein bisschen sortieren. Ich weiß selber nicht genau, was wir da denn gerade gesehen haben. Und ja, ich kann das natürlich direkt vorweg spoilern. Und Conor McGregor wurde von Dustin Poirier in der zweiten Runde ausgenockt. Was ist da schiefgelaufen? Das ist eine berechtigte Frage. Ich denke, prinzipiell muss man sagen, dass McGregor in der ersten Runde sehr gut aussah. Ich hätte die erste Runde auch 10 zu 9 für Conor McGregor gewertet. Das heißt, ich denke, McGregor hat die erste Runde gewonnen, trotz des Takedowns von Poirier. Und ja, der Takedown war auch gut, aber McGregor hat sich wirklich gut gemacht. Auch dann im Clinch, als die beiden aufgestanden sind und so weiter. Starke Schulterstrikes wieder von Conor McGregor. Das heißt, in der ersten Runde sah er gut aus. Aber gegen Ende der ersten Runde hin hat man gemerkt, oh, Conor McGregor knickt weg, sobald ein Leg Kick von Dustin Poirier trifft. Sein rechtes Bein knickte weg. Ja, das ging in der zweiten Runde genauso weiter. Und McGregor hat immer versucht, das Bein dann aufzufangen, hat es auch einmal geschafft. Aber nichtsdestotrotz hat das Poirier natürlich bemerkt. McGregors Bein war kaputt. Das war klar. Ich hatte das auch in meiner Instagram-Story gepostet. Ich habe geschrieben, hey, McGregors Bein ist kaputt, mal schauen, was da jetzt noch passieren wird. Und da hatte ich schon die Befürchtung, okay, fünf Runden mit einem kaputten Bein wird McGregor nicht gehen können. Wenn es zu Beginn der zweiten Runde schon kaputt war. Er hat die Auslage nicht gewechselt, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass Conor McGregor dann in die andere Stands wechselt. Hat er nicht gemacht, er ist darin geblieben. Und das hat ihm, ich denke, am Ende des Tages den Kampf gekostet. McGregor selbst sagt, das liegt an der Inaktivität. Er hat nicht so oft gekämpft. Was soll's? Es ärgert ihn sehr, aber er klopft sich quasi in den Staub ab und kommt zurück. McGregor selbst will weitermachen. Ist natürlich die gute Frage jetzt gegen wen. Ich tippe mal auf Tony Ferguson. Ich denke, Conor gegen Tony ist the fight to make eigentlich. Ja, schwierig. Natürlich, muss man sagen, war Paul Rea top. Paul Rea top level. Gar keine Frage. Leute, das in Paul Rea hat nicht gewonnen, weil er durch Glück herausgefunden hat, dass diese Legkicks effektiv sind. Das war sein Gameplan. Paul Rea hatte das geplant. Und Paul Rea bringt öfter gerne seine starken Legkicks. Und auch hier. Und hier waren sie wahnsinnig effektiv. Mann, die waren brutal effektiv. Das heißt, Paul Rea war unfassbar stark, vor allem durch seine Legkicks. Hat das zu seinem Vorteil genutzt. Konnte McGregor dann nach einem offenen Schlagabtausch ausknocken. Beziehungsweise erst mal nur ein Knockdown und dann der Punch, der hinterher ging, der hat McGregor in eine andere Dimension gebeamt. Und McGregor war dann auch weg. Ja, mal gucken, was jetzt auf der Postfight-Pressekonferenz rauskommt. Auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Fight. Paul Rea ist der nächste Titelanwärter. Also, dass Paul Rea kämpft um den Titel, ist die Frage noch gegen wen. Kämpft er gegen Michael Chandler oder gegen den Sieger aus Gaethje vs. Oliveira? Man muss auch dazu sagen, dass Michael Chandler vs. Dan Hooker auch ein geiler Fight war. Ich muss aber sagen, Dan Hooker hat mich ein bisschen negativ überrascht. Der hat sich ja gar nicht getraut. Er ist weggegangen. Chandler hatte die Octagon-Control, hatte die Octagon-Mitte. Und Dan Hooker ist nur nach hinten gegangen. Wollte gar nicht. Dan Hooker hat den Anschein gemacht, als wollte er da gar nicht sein. Das war nicht der Dan Hooker, der gegen Paul Rea gekämpft hat. Boah. Was ein UFC-Paperview. Mir fehlen immer noch ein bisschen die Worte. Aber das, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Ich denke, Paul Rea gegen Chandler wäre auch kein langweiliger Fight. Mann, unterschätzt mir einen Paul Rea nicht. Der Typ hat Justin Gaethje gefinished. Der hat Max Holloway besiegt. Dan Hooker besiegt. Und jetzt eben auch Conor McGregor ausgenockt. Das ist Wahnsinn. Und ja, das klingt jetzt auch vielleicht so sehr emotional und alles, aber ich nehme die Episode um 7.14 Uhr morgens auf. Das heißt, der Kampf ist noch sehr, sehr frisch. Die Eindrücke sind noch sehr, sehr frisch. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Fight. Und die Emotionen sind auch sehr, sehr frisch. Und das ist bei vielen so. Viele sind jetzt noch wach. Wie soll man auch schlafen gehen? Man muss über diesen Kampf sprechen. Deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt. Schreibt es unten rein. Folgt wieder auf. Bis zum nächsten Mal.